Hallo Leute, zurück zu Heavy Rain, sind hier bei Shelby, schon wieder bei Shelby. Ich bin hier bei Shelby, schon wieder bei Shelby. Ich bin hier 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 bei Shelby. Danke. Danke. Mir ist etwas eingefallen. Vielleicht ist es nicht, aber ein Brief kann einen Tag ganz Johnny verschwanden. Ein Brief? Was für ein Brief? Das war für Johnny's Vater. Ich weiß nicht, was er denn schafft. Er hat ihn gesehen und war weg. Seinmal habe ich ihn nie wieder gesehen. Und Sie glauben, der Brief hat etwas mit Johnny's Tod zu tun? Ja. Ich werde ihn mit dem Gegner in den Beinen. Ich bin umstatt die ganze Zeit aufgerufen. Nichts Besonderes. Außer vielleicht der Herr Durst. Wie hat er denn? Von einer alten Maschine. Könnte ein Hinweis sein. Danke für Ihre Hilfe. Ich halte Sie auf den Lauf. Halt, ich... Ich kann nicht hart genug umsetzen, indem Sie den Mörder meines Sohnes suchen. Ich habe viel nachgedacht und... Ich will mitmachen. Bei der Entwicklung helfen. Bei der Entwicklung helfen. Sie können mir nicht helfen, Laura. Das ist keine gute Idee. Wirklich. Wenn Sie abnehmen, behalte ich den Brief. Das ist Ihre Entscheidung. Sie können mir nicht helfen, Laura. Sie halten mich nur auf. Wie viele Hinweise haben Sie mit der Scheibe? Dieser Umschlag... ... ist vielleicht Ihre einzige... Ach... Nein. Eine dumme Idee. Dann entschuldigen Sie die Störung mit der Scheibe. Also, die stöhnen Sie haben. Die Säule sind sie mit der Scheibe. Sie halten mich nicht mal. Was sind sie mit der Scheibe. Es gibt eine große Aufgabe. Und sie leben sie sich darauf, oder nicht? Das ist eine gute Idee. Kann man die Sache machen? Wirklich. Das ist ihr? Ja, 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 ja. Denn die Gehe geht auch. Was kommt ihr hier eigentlich? Die kommt nicht durch, Kramer. Kramer? Obergang vom Kramerkontakt? Sag so. Sag so, dass wir hier die Gauke gehen? Ja, frag mal, frag mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020